Einen wunderschönen guten Abend und herzlichen Willkommen! Dies sind alle Ausländer, fast überall auf die Welt. Und es kommt nicht darauf an, welche Hauptfarbe ein Mensch hat oder an welcher Religion er angehört. Lasst uns friedlich miteinander leben, in andere Lachen und akzeptieren. Und jeder von uns kann etwas dazu tun, in der Lapperschaft, am Arbeitsplatz oder auf der Straße. Es ist schön hier zu leben und es ist schön, wenn wir alle gemeinsam hier in Frieden leben können. Unser erstes Stück, das wir für euch spielen werden, ist ein Lied von der Gruppe Wapp. Das war das T nur Ausländerfeindlichkeit. Das heißt, Arsch hoch, Zeck auseinander! Ausländerfeindlichkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020